Näh. Old School Meta-Wab. Wiedergut Warzone. Kaiser. vor einer stunde decken doch sowieso alle. Oh jetzt bin ich das muss ich mir nachher angucken. Daniel Updates hat dann wieder ein video. Ist dann gtr mit 950 ps versus 907 ps mercedes amg gts. Da bin ich mal gespannt wie ein bohren sag ich das sowieso. Ist das jetzt welche Map ist das jetzt? Das wissen wir nicht. Brauchen wir hier Map Kenntnis groß? Ja. Aber sowas prägt sich halt schnell ein. Weil die Maps halt ziemlich klein sind. Nee das nicht aber manchmal stehe ich da und was laufen. Das ist halt nicht auf dem Feld rumlaufen. Aber die sind immer gleich oder? Die Generatoren sind Stellplätze. Nee oder? Ja manche schon. Also du hast so normale Spots wo immer einer steht manchmal. Okay. Du musst dir halt vorstellen wenn du jetzt schon spawnst. Manchmal spawnst du schon direkt vor einem. Dann brauchst du das umdrehen schon anfangen. Chicken wing, chicken wing. Bin ich mal gespannt. Vielleicht sterbe ich ja jetzt nicht als erstes. Wo ist deine Schwester nicht in ihr fahren? Abgeholt. Abgeholt. Vom Saufen. Sozusagen. Jetzt ist es auch noch. Es läuft noch aus. Wer ist denn neben mir? Ich geh dir in Fleischfabrik alter. Wer ist denn neben mir? Bei ihm ist gar keiner. Natürlich. Oh wir haben Locke. Wir haben Dings. Das ist hier. Ja ich weiß schon. Pinhead. Auf was für Geräusche muss ich achten? Auf Herzklopfen. Auf ein Heartbeat. desto lauter das Heartbeaten desto schneller desto näher ist er dran. Und der Killer hat immer ein rotes Licht vor sich. Ja das weiß ich. Das hab ich mittlerweile hingekriegt. Hier ist ein Generator. Geh ich mal hin. Ja kannst du anfangen. Und was heißen diese grünen Kreise drumrum? Bei euch äh lila Kreise? Entschuldigung. Das sind die Ketten. Das ist jetzt seine Spezialfähigkeit. Wenn das Ding voll ist. Und keiner hat den süßen weißen Würfel der da auf dem Map. Den du siehst wenn du dich umdrehst. Ja. Wenn den keiner gebitscht äh gedutscht hat. Bis. Bis wir ähm. Das ist bei mir unten beim Randy. Bei den Würfel ist oben halt small. Äh musst du ein bisschen mit dir alle hin zum Würfel eigentlich? Nein da muss es mindestens machen. Machst du das? Weil ich schaff's definitiv nicht. Ja. Das Problem ist halt er kann sich jetzt jedes mal porten. Ja. Wenn. Aaron wenn du blowst oder sowas. Also das heißt wenn du da. Wenn du gefingert hast. Bei dir sind generell. Hm. Sag das. Oh nein. Jungs ihr müsst den Randy holen. Ich kann's nicht. Ja ich bin dabei. Ich hab gleich den ersten Generator. Ja schlecht. Oh nein ich hör den. Ich hör den Herzschlag. Alles gut. Alles gut. Berücksicht. Er ist bei mir. Oh. Ich hab den Randy gehört. Also ich hab schon mal einen Generator. Das ist gut. Der portet sich der Wichser. Oh mein Gott Digga. Er ist wirklich hartnäckig. Ist er alles hartnäckig oder ist er hartnäckig? Und ich soll so wenig wie möglich rennen gell. Ja. Und was ist das jetzt für ein Ding? Weiß ich nicht. Ach ne das gefett fingert. Jungs macht Generatoren. Ich kann ihn nicht so lange aufhalten. Wann du das erst mal sagst. Soll ich nablenken für dich Mosi? Nein. Es ist rum. soll ich den würfel aufheben oder was bringt das ja 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 tut er ja tut er zum würfel nicht runtergekommen ich komme hochgerannt ich komme jetzt sie er sucht mich das ist gut ich denke er kommt runter ist doch gar nicht hier was rennst du schon weg da kommt doch ja siehst du ich höre noch nichts ich bin immer noch ein generator und hör mal nix die müssen wir singt um ja auch ein ultralauder herzschlag er hat keinen er hat keinen herzschlag ich würde gerne den herzschlag jetzt die ganze zeit die ganze zeit wo ich auch ein schank war ich zu dir gesagt ich habe keinen gehört gegen was spielt hier aber er ist übel schlecht er ist übel schlecht aber ich habe ich dachte ich sage ja noch ich habe mir vorbeigelaufen ich habe mich im schrank versteckt das sieht er ich habe ich bin wieder an dem gen ich bin ich habe mich gerade selbst er höre ich höre ich höre ihn die ganze zeit ganz close bei mir aber ich höre nicht und bin beim letzten generator noch also ich höre ihn bei mir aber er steht er bewegt sich nicht wird leiser jetzt wird es schneller jetzt ist er ganz close kann ich dich auch mal sehen ich ziehe nicht ne gleich habe ich die hälfte ich bin auch bei der anderen hälfte jürgen du kannst schon mal luke suchen oder aber er ist noch nicht schön äh was ist das denn digga ich höre es er ist in mir her jungs erst in mir her so bei sowas kannst du da weitermachen aber ich habe einen herzschlag der ist aber hinterher wo rennten die jürgen rum oben oder unten ich bin gleich fertig wer ist das gerade hier der zu dem anderen kommt ich bin in dem schrank hier drin ja auch im blatter drin er hat mich gesehen bin fertig mit dem hier macht der typ warum wenn du das kannst dann macht den weiter den du da hattest ja ich reparier weiter wir hören wie das zweite mal jetzt ja aber macht den gen fertig ja ich bin dabei und ein weiteres darauf gehängt ihr macht auch beide alle ich bin er kommt jetzt kommt er jetzt kommt ab wie macht ihn denn fertig ich würde ich er hat mich nicht gesehen mit dem generatoren wenn ihr mich nicht gesehen ich hätte so zum ausgang er fällt mir so nachher nee tut er nicht oh mein gott ist der ausgang oben ja na da kommt er Hilfe da hast du Exits gesehen du musst jetzt nur hinlaufen ich habe keine gesehen doch du hast welche gesehen ich habe aber nicht darauf geachtet aber man läuft in die richtige richtung schlecht rechts lang wo ich bin oh mein gott nein jetzt ist es mit den ketten er hat es nicht aron bist du das ja aron hat ihn nee ich bin das er hat aron heim mich doch ah fuck ich bin rausgegangen aus Versehen das war heute nicht zu weit laufen man er hat aron er huckt aron naja er kämmt nicht ab er ist noch bei mir immer noch bei mir immer noch bei mir er ist nicht zu weit er wartet in der ecke ich kann auch nicht holen der würfel ist nicht gemacht ja er wartet in der ecke bei mir nee dann müssen wir rausgehen da habe ich den ausgang der randy hat mich befreit kann ich erwirken du das ja das bin ich komm her komm her komm her nein nicht heilen aron brauchst du nicht achso er lässt nicht mal den randy raus er hat den ausgang zugemacht er hat den ausgang zugemacht